Ja, da sind wir wieder bei Naruto to Boruto Shinobi Striker. Wir sind jetzt hier das erste Mal im Online-Modus und hier wird uns gleich gezeigt, dass es im Moment ein Anschubereignis gibt. Also für alle, die jetzt neu spielen, gibt es bis zum 6.9. mehr Erfahrung und mehr Belohnungen. Das ist doch super. So, diesmal sind wir ja natürlich hier im Online, deswegen laufen hier auch andere Leute rum. So, die Ninja-Welt-Liga läuft. Bis zum 20.9. kann man sich da den Wert beweisen und kriegt ein paar Belohnungen. Das ist doch schön. So, kommt jetzt noch eine kleine... Ne, das war's. Ja, hier laufen schon ein paar Leute in Akatsuki-Style rum. Sieht ganz lustig aus mit so einer komischen Tobi-Maske in Rot. Hier steht auch eine Sarara, äh, irgendwie. Also fast zumindest. Sarara. Oh, hier, guck mal, der hat auch zum Beispiel das Kleidungsding wie ich. Guck mal, der Johnny. Der sieht auch so ein bisschen aus wie wir am Anfang. Auf jeden Fall können wir jetzt im Online-Modus natürlich auch hier an diesen Dingern teilnehmen. Wir werden jetzt aber erstmal nochmal ein bisschen trainieren gehen, damit wir uns so schnell wie möglich das Rasen-Garn-Undi unter den Nagel reißen können. Dazu machen wir hier nochmal ein paar Missionen. Die können Sie nochmal hier im Koop machen. Ich denke, wir nehmen mal die Glockenprüfung. Mal gucken, ob da auch jemand mitmacht. Die Spielersuche läuft auf jeden Fall. Die kann man sich hier jetzt nochmal angucken, wer sich da so mit eingeschrieben hat. Mal gucken, ob wie lange es jetzt dauert, dass wir jemanden finden. Zur Not können wir es ja nochmal alleine machen. Der hat auch diese schöne Maske in einer anderen Farbe, aber diesmal. Bis jetzt scheint noch nicht ganz so viel los zu sein. Liegt aber auch erst daran, dass es erst seit heute draußen ist. Ich denke mal, die nächsten Tage wird man hier mehr Leute treffen. Sind auch nochmal ein paar Leute, die hier rumstehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht so viel, dass man nicht springen kann oder so. Schneller von einem zum anderen Ort. zukommen, aber... Auf jeden Fall etwas Kampfgeist, zeigen wir mal. Und wir sagen auch mal Hallo. So. Füßt auch noch ein kleiner rum. Ja, anscheinend findet man noch niemanden so wirklich. Liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass noch gar nicht so viele Leute online sind. Schließlich geht die On-Wall-Line-Version noch nicht so. Also, da haben wir jemanden neues. Miraku. So, diese ganze Aufnahme ist natürlich vom Tag, wo Shinobi Striker rausgekommen ist. Ich habe die jetzt mal etwas vor aufgenommen, damit ihr hier gleich schon mal sowas habt. So, guck mal, wir haben jetzt auf jeden Fall schon drei Leute. So, das sollte eigentlich gar nicht so schlecht sein. Dann ist der eine schon Stufe 14, bei dem läuft es auf jeden Fall. Wir starten das Ganze jetzt einfach mal zu dritt. So, das sollte schon gehen. So. 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 Jetzt wird ihr ein Team mit einem Team zusammengefasst. Als ich die Hügel von diesem Hügel-Hügel bin. Aber in der Zeit, was ihr so weitergearbeitet habt, werden wir euch zeigen. Wenn ihr euch mit der Hand gebt, dann lass mich die Hügel aus. Ich habe auch schon ein anderes Thema gemacht. He he he, ich denke, du bist mit dem Kind, Kakashi-Sensei! Wo ist denn Sascha rum? Keine Ahnung, ich hab einen Sack auf, und ich kann das noch ein bisschen erledigen. Ich bin schon ein paar Mal wieder. Das hat mir gesagt, dass der Fall noch weiter. Das ist doch noch ein wenig, was ich jetzt muss. Das ist doch noch ein wenig. Für mich ist ein wenig. Ja, ich kann das so gut. Ich hab heute gesagt, das ist heiligermaßen ernst, hier sind ein paar Kurve, ne? Ja, okay, jetzt zu dritt auch nicht. 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 Das war's für mich. Was ist das? Das war's für heute. Okay, ich bin da cool. Okay, das war ein Mega-Fail. Ich muss noch ein bisschen üben damit. Ich muss noch ein bisschen üben. 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 Jetzt habe ich den so, wie ich den haben wollte. Ich muss noch ein bisschen üben. Und ich muss noch ein bisschen üben. Jetzt muss ich noch einmal rüber. Und das anzuziehen. okay natürlich hat sie spaß gemacht so der schlussbilder da ist die frisse ich glaube das nehmen vielen dank wenn ich einfach so ein kreisräder motto den hier okay ich würde sagen dann gehen wir glatt zur nächsten mission über und ja wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder für unser charakter habt ihr schon ein cooles aussehen wenn ihr auch naruto toberuto shinobi striker spielt schreibt mir doch einfach mal in die kommentare dann kann man sicher schon mal ein paar missionen zusammen machen und ja dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal